Auf geht's, ab geht's, Pantheon Midlane, na, let's go, na, die werfende Sperrmaschine, Falkes, fangen wir auch, wir fangen mit Flask an, das wird reichen, hier auch für dich ein Herz, naja, wir machen kein Herz, es ist ein, es ist ein Kasten. Eine Box, die Box von Pandora, ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber auf jeden Fall in dieser Box, oh mein Gott, da wird dein Glück drin vergraben sein, viel Spaß mit dieser Box. Das kann alles sein, Send Nudes. So, wir geben jetzt Gas, na, Pantheon Midlane, let's go, der Plan ist, dass wir 24-7 auf alle Lanes ulten, Toplane 100 Mal, Botlane 300 Mal, sagen wir 400 Mal Botlane und 20 Mal die Leblanc. Wir haben zwar Gathering mit, aber ich denke, das passt auch so, na, let's go, na, so richtig penetrant, Leute. Da krieg ich auch gerne mal einen Tower Shot für tanken, ist gar kein Thema für mich, richtig penetrant muss das werden hier. Na, muss richtig Spaß machen für Leblanc, merkt ihr, wie viel Spaß die hat? Was ist denn Lat jetzt hier schon wieder? Sag mal, hä? Welcome, welcome, welcome. Das reicht, glaube ich, nicht. Doch, das reicht. Na, Pantheon Midlane ist very complex, very spaß, very... Na, wofür brauchen wir Scorch, Leute? Stellt euch vor, wir hätten Scorch gehabt. Hätten wir nur einmal geprogt, oder? Na ja, ein paar Mal, zweimal vielleicht. Gehen wir mal schnell Champion, äh, Geld kaufen. So, weiter geht's, wir haben jetzt Schwert am Start. Na, wir machen genau dasselbe wie gerade. Zack, zack. Da, 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 gute, Pantheon, M, kannst du halt nichts falsch machen. Immer, wenn immer, da, 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 das macht noch kein Damage, aber ist okay. Sieht lustig aus, aber ist schon wieder hier. Da, gehen wir mal shoppen, das reicht. Na so, kauf uns das. Die Frage ist, kaup' wenn Schuhe? Ne, machen wir nicht. Wobei, wir sind bald level 6, machen wir doch. Vielleicht spielen wir ja mal demnächst mal AP-Pantheon und man hat AP-Scans auf W und auf der Ult. Das ganze nett. Das hat sie nicht gemacht. Komm. Oh was? Oh man, das ist halt so schwer, die im Sprung zu treffen. Ich muss sie halt während sie die Charge schon anspringen, sonst springen sie sofort zurück. Alter, ich bin zu breit. Kennt ihr das Problem, wenn ihr zu breit seid? Ich komme halt hier nicht durch die Minions durch. Ich bin zu breit. Was soll ich tun? Oh, wir haben Ult, Leute. Wir können jetzt ulten. Ich würde einfach scheiße auf die Wave und gehen einfach noch und... Naja, okay, passt. Ich bin einfach zu breit. Hier, nimm, 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 nimm. Ah, Schuh rentiert sich schon. Alter, wie viel Damage der Speer macht. Ja, moin. Moinsen. Ja, das wird wohl nix werden hier mit dem Gank. Mit dem Gank, ja. Speerwurf. Moinsen. Zack. Speerwurf. Moinsen. Naja, da hat sie schon ihre Passive. Lecker. Kennen wir. Und dann macht ihr so. Und dann macht ihr so. Und dann macht ihr so. Ahem. Naja, it's very, very easy. Naja, erst den Defensivspell rausbaten, kiten. Dann die Towerplates gönnen. Da, 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 da. Oh, macht halt kein Damage. Aber, äh, ist okay. Alter, wie ich hier die Plates am gönnen bin, Leute. Richtig am bienen. Ähm. Eigentlich könnte ich den auch fast noch töten, aber... Ja, gehen wir mal im Choppen. Wie viel brauchen wir? Was sollen wir? Erst hier muss ich auch Drack Tablet gönnen. So. Wir könnten ja jetzt direkt runter holten. Ne. Dann nicht. Ich glaube, wir warten noch ein Schwert. Ja, mal Leblanc verdient. Ganz ehrlich, ich habe Pantheon nur gepickt. Eigentlich wollte ich Lee Sin mittler entpicken. Ich habe Pantheon nur gepickt, weil sie Leblanc gepickt hat. Selber schuld, sage ich da. Selber schuld. So, wir haben auf jeden Fall ordentlich Damage. Wir können mal gucken, wie viel Schaden so ein Speer macht. Oder auch so eine komplette Kombo. Ne, ist auch nicht verkehrt. Sie kann wieder shoppen gehen. Oder wir gehen bot. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin drin. I'm in. Nyea. Blob. Speer. Da, da, da. Ja, moin. Ähm, ja, und Frank, was, sie hat meinen Kill geklaut Oh, Towerplates, ja, die gönne ich mir Oh ja, ein Freekill Der Flash, ne Freekill, Leute Ähm, ja, also war doch ein bisschen teurer Als Free, aber war okay Aber ich hab das Towerplate Gold noch bekommen, oder? Einfach mal 750 Gold an die Minions, quasi Ja, moin Ich hab schon gedacht, ja, wieso drop, wieso verliere ich AP? Auf einmal liege ich da Das Ding ist, wir müssen, guck mal, wir haben schon 4 Stacks, wir brauchen nur noch Udyr Wer spielt bitte Udyr Toplane, ganz ehrlich Wer Udyr Toplane spielt, hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren Das ist so useless Im Jungle kann er wenigstens ganken, aber auf der Toplane ist der Champ Runa Ist genauso, als wenn du die Sin Toplane spielst Flashback Eigentlich wollte ich die Sin Midlane picken Ja, 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 nee, ja Ja, ja, die springt nochmal zurück Oh lol, hä? Ja, okay Schade, dass es keinen Maedrise gibt So, wir haben, wir take nochmal Plates Dann gehen wir nochmal Botlane rein, ulten So, ich könnte gleich ulten Ich komme Ich bin about Bitte nicht Ah Ah Das Ding ist Ähm Sie wird mich jetzt erstmal beinten Alter, ich bin zu breit Ich komm nie durch die Minutes durch, wirklich Das ist zu schlimm Guckt euch den Schaden an, Leute Oh, ho, ho, ho Ah, ehrlich Ähm Yep Yep, 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 yep Ähm, ja, dann können wir schon wieder shoppen gehen So Ähm, wir kaufen uns nochmal CDR-Schuhe für mehr Ults und so I guess Ja, dann würde ich sagen Let it be Oh, let it be Oh, let it be Oh, let it be Iiii Miau, 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 miau Oh lol, wie bist du denn? Ja, moin Moinsen Und Sprep Äh, okay Ja, okay, ähm Tschüss Later Ja, so, ähm Ja, so, ja, so Hello there Ähm Ja, komm, ich bin ein Ehrenmann Ehrenmann-Sprung Uh Aaaaaah Ah Aaaaaah Oh Uff Uff Aber, Leute Hashtag Ehrenmann Ich hätte auch einfach rennen können Ne Also Also, äh Gentleman So, weitere Schwerter sind da About to Getting Problem ist, der wird jetzt wegrennen Weil der hat einen Stift in der Hose Einen Kackstift Lol, der Damage Komm ich so ran? Ja, du auch noch? Ja, moin Ja Der SCHWER Ja, moin Dad对 Ähm Dadon Dadon Dadadadadat Ja, lol Ja, okay Ne, das ist auch okay Me Ja Genug base solo Ignite Ja Nein, das habe ich falsch Scheiße Das war jetzt schade Ja, 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 ja Seier PC Leid ich den Weg ab, los Mach die fliegende Wutte Do it Ja, ja Ja! Der slow ist da! Ja! 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 Das? Au! Carry after! Au du-take e. Ne! Der läuft einfach weg! fuck this shit, I'm out da ist gerade die Orte gewesen, der läuft ja von mir ahhhh ahhhh ah shit ah 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 Mist, Alter ähm, das ist ein bisschen lieb, aber eigentlich sehe ich mich da ah, ich hab noch keinen Ult, 3, jetzt hab ich Ult aber ich sehe mich da eigentlich trotzdem go, Leute, go so, tschüss das war eigentlich hier, für dich ähm bin ich schneller irgendwie als sie ich muss so ein Speer landen wat ja komm wat ja, also, Leute, wir müssen jetzt mal was machen hier wat, wat, wat ist denn hier wir brauchen, warum wir ein, ah, nee, brauchen wir nicht wir brauchen ein Schwerter vielleicht ein Death Stance wäre ganz nett oh jup, 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 jup ja, ja, ja 5, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3 ja haltet oh, guter Flash haltet den Dieb haltet ihn oh Leute, ich wollte mit ihm oh, ich wollte mit ihm spielen und dann, ne, dann wirst du das ist so, wenn du der sei niemals der Schurke, Leute dann spielst du mit ihm und dann stirbst du einfach also, ich aah, okay das ist Leben am Limit, Leute ich bin halt einfach zu breit ich kann sowas nicht dodgen geht nicht, wirklich nicht oh, ja jetzt kann aber Kate mal zeigen, was sie kann oder Jax eben ne, Leben am Limit ja gut haben wir gewonnen nur noch nicht Graves wird hier nochmal aufräumen hat er eigentlich da Carves, ja der Wöller hat Dübel rein wie viel Sex hatten der 20 ja, moin ja, okay ein No-Silver-Flap zack ja, schön schön, schön, schön schön, schön sehr schön sehr schön ja, schön